Yo Leute, willkommen zu dem Time-Info-Video. Ja, bestimmt unbekannte Perspektive hier. Ich wollte euch nur mal ganz kurz sagen, dass diese Woche wahrscheinlich keine Videos und Streams mehr kommen außer Sonntag. Das wird ein Just-Chatting-Stream werden, wo ich über den Urlaub rede. Warum kommen jetzt keine Videos oder Streams mehr? Erstens, das Internet ist viel zu schlecht. Zweitens, wenn ich Videos hochlade, kann ich gar keine Instagram-Werbung machen, weil das einfach hier im Urlaub, die ganzen Videos sind automatisch hochgeladen worden, natürlich. Ich habe auch keine Videos mehr auf Vorrat jetzt bald. Und es wird halt alles nicht mehr funktionieren. Und ich möchte jetzt erstmal dann die Parts Pause machen. Und generell fand ich das schon ziemlich scheiße, dass ich die beiden Finals von den Let's Plays nicht richtig auf Instagram bewerben konnte. Das hat mich ein bisschen abgefuckt. Deswegen werde ich das dann am Sonntag, wenn ich wieder zu Hause bin, nachholen. Sowie werden auch dann ein neues Turnier-Format geben. Nämlich möchte ich jetzt jeden Freitag im Monat ein Turnier machen, ein Brawlhalla-Turnier. Und auch jeden Samstag ein Smash-Pro-Deer. Ja, die werden wiederkommen. Und ja, das ist alles zu den Infos. Wenn euch das Video gefallen hat, seid Sonntag wieder da beim Just-Chatting-Stream. Dort können wir noch ein paar Sachen reden. Also dann, erst Montag oder Sonntag geht es weiter mit den Videos. Dann ab 12.18 Uhr oder so werde ich aber euch noch genau informieren. Also bis dahin, haut rein und tschüss! !